Wir haben die Situation so, wie wir es haben wollten. Wir haben unsere Spiele gewonnen und deswegen kommt es auf dieses erste Spiel. Es ist auch das erste Spiel mit diesem Endspiel-Charakter und deswegen sehr, sehr interessant. Wir haben Änderungen im Kader gehabt, jetzt kommen Holger Glantow und Hendrik Pekaler dazu. Damit hoffe ich, dass wir den endgültigen Feinsliff und den richtigen Balance in der Mannschaft haben. Ich weiß, dass Pekaler uns Stabilität geben kann und uns helfen kann. Aber wir wissen auch, dass er nicht die ganze Vorbereitung mit uns gemacht hat und deswegen wird er nicht die zentrale Rolle spielen können, die er normalerweise macht. Aber er kann uns auf jeden Fall Stabilität geben. Wir wissen, dass unser Mittelblock bis jetzt sehr, sehr eng war. Da hätten wir uns nur einmal drei Minuten Strafe verdienen können. Dann wäre es schon eng gewesen und deswegen ist er jetzt mit Pekaler. Da haben wir unseren Notnagel einfach da und er sitzt dann auf der Bank und wir können ihn dann auch benutzen. Da haben wir uns alles Platz gemacht.